Dann schauen wir doch mal, was wir hier finden. Eine Lampe. Tja, Nina hätte jetzt noch eine Glühbirne im Inventar, aber ich glaube, die brauchen wir hier nicht. Hier ist ein Container. Okay, können wir denn irgendwas mitnehmen davon? Nee. Max scheint nicht so gerne irgendwie Müll zu graben, habe ich das Gefühl. Jetzt eine OP-Zange. Ich denke besser nicht darüber nach, was für Eingeweide damit schon entfernt wurden. Nimm mal mit. So. Und dann haben wir hier eine Tür. Können wir die schon aufmachen? Das wäre ja dann irgendwie ein bisschen einfach. Abgeschlossen. Na klar. So, habe ich noch was übersehen bestimmt. Hier, ein Schatten. Irgendwas wirft diesen Schatten. Irgendwas hier ganz in der Nähe. Irgendwie sieht das aus wie ein Schlüssel. Aber der ist ziemlich vergrößert. So, hier ist ein Rohr. Vielleicht können wir da hochklettern. Scheint ein Abwasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Oder der Schlüssel ist in der Lampe versteckt. Das geht leider nicht. Kann die nicht irgendwie abmachen. Äh, ich weiß nicht, wie ich sonst diesen Schlüssel jetzt finden soll. Durchgang. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Hier ist eine Satellitenschüssel. Vielleicht gerade das neueste Modell. Scheint aber ihren Zweck zu erfüllen. Ja, der Typ kann Fußball gucken und merkt daher nicht, dass wir hier rumschnüffeln. Das ist doch schon mal gut. Ähm, hier ist der Eingang. Ich glaube nicht, dass ich einfach so da rein spazieren kann und der Krankenwagen ist zurück. Ich hoffe, Olek geht's gut. Sieht nicht gerade wie ein typischer Krankenwagen aus. Mehr wie ein Militärfahrzeug. Aber was machen die hier so weit weg von jeglicher Zivilisation? Wer weiß das schon? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, da so einfach rein zu spazieren. Glaube ich auch. So, ähm... Und sonst... Ja, sonst kann ich hier auch nichts tun. Ich könnte jetzt mit der da vielleicht... Nein. Okay, also ich habe nicht viele Optionen. Irgendwie muss ich an diesen Schlüssel rankommen. Aber wie... Mit dieser... Mit dieser Schere kann ich irgendwie nichts anfangen. Und... Mit meinem Telefon jemanden anrufen? Wahrscheinlich auch nicht. Boah. Scheint ein Abwasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Ja, aber gibt's hier denn sonst doch irgendwas? Ich hab doch hier... Ich hab doch geguckt und nichts mehr gesehen. Da ist ein Schlüssel in der Lampe. Seltsames Versteck. Aber immer noch besser, als ihn unter eine Fußmatte zu legen. Ah, okay. Jetzt hat er den aber wenigstens gefunden. Damit sollte es gehen. Ja. Na gut. Haben wir wenigstens den Schlüssel. Dann benutzen wir den mal an der Tür. Passt. Ab in die Höhle des Löwen. Hoffentlich ist keiner im Keller. Ja, besser wär das. Ein Diktiergerät. Vielleicht ist ja was von Nina drauf zu hören. Patient 1835, schwere psychische und neuronale Störungen, derzeit im Dämmerzustand. Während des Beobachtungszeitraumes äußerten sich die Symptome in optischen und akustischen Halluzinationen, reflexartigen Muskelkontraktionen und Harninkontinenz. Hinzu kommen psychogene Reaktionen, temporäre Amnesie, partielle Lähmung der Gesichtsmuskulatur und Augenflimmern. Durch äußere Einwirkung verursachte Schläfenlappenbeschädigungen, Fraktur des rechten Handgelenks, diverse Prellungen und Hämatome im Kopf- und Armbereich. Mit Ausnahme einiger äußerer Verletzungen im Großen und Ganzen, also ähnliche Symptome wie bei den anderen Patienten. Der Bericht ist schnellstmöglich anzufertigen und nach Moskau zu faxen. Mist, die Batterien scheinen ihren Geist aufzugeben. Das hört sich aber ganz schön übel an. Was soll wie bei den anderen Patienten bedeuten? Heißt das, diese Bewusstseins- und Verhaltensstörungen treten hier bei vielen Leuten auf? Wenn ja, was ist dann die Ursache dafür? Ich sollte auf jeden Fall Nina davon erzählen, denn irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es mir definitiv nicht gefällt. Ganz und gar nicht gefällt. Hm, merkwürdig. Okay. Hm, Flaschen. Da sind jede Menge Medikamente und chemisches Zeug drin. Die Flaschen sind alle nur mit chemischen Formeln beschriftet. Solange ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, lasse ich besser die Finger davon. So, so. Ja, hätte der mal in Chemie besser aufgepasst, ne? Äh, hier ist noch ein Rollstuhl. Wahrscheinlich ist der kaputt und steht deshalb hier rum. Aber benutzen kann ich den nicht. Hm, Aktenschrank. Hier scheinen die Krankenakten drin zu sein. Alphabetisch sortiert. Vielleicht finde ich heraus, was die mit Nina gemacht haben. K. Kach. Kaio. Kamm. Hm. Scheinen keine Akten über Nina drin zu sein. Oleg sagte ja, Nina sei unter falschem Namen gereist. Wie war der doch gleich? Per... Perkova. Schauen wir da mal nach. P. P. Pal. Per. Peres. Peres? Peres Manuel. War das nicht der Typ, der damals zusammen mit Ninas Vater an dieser Tunguska-Expedition teilgenommen hat? Und der war auch hier? Interessant. Das sollte ich mir mal näher ansehen. Wenn mich meine rudimentären medizinischen Kenntnisse nicht täuschen, steht hier was von schweren Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen. Schon wieder. Offensichtlich hat sich dieser Peres sehr sonderbar verhalten und wies keinerlei Symptome bekannter Krankheiten auf. Naja, das ist ja Ewigkeiten her. Mittlerweile sollte doch die Forschung... Man hat anscheinend versucht, der Krankheit auf die Spur zu kommen, indem man Experimente an ihm durchgeführt hat. Bei vollem Bewusstsein die Schädeldecke, das ist ja grauenvoll. Stromschläge, Zwangsjacke, Schocktherapie. Das liest sich ja wie ein mittelalterlicher Folterbericht, aber offensichtlich hat der arme Kerl das Ganze überlebt. Er wurde dann vor wenigen Wochen auf Antrag einer gewissen Dr. Nicole Charroix in seine Heimat überstellt, nach Kuba. In einen kleinen Vorort von San Cristobal, westlich von Havanna. Ja. Offenbar hat sich dieser Peres trotz seines erbärmlichen Zustands so stark gewehrt, dass sie ihm die doppelte Dosis von Phen... Phenyl... Zykludin... Piperidin gegeben haben. Ist, glaube ich, ein Narkosemittel, das mittlerweile verboten ist. Schon seltsam. Da liegt dieser Peres hier fast 30 Jahre rum und plötzlich überweist man ihn nach Kuba. Und kurz danach verschwindet auch noch Ninas Vater spurlos. Würde mich stark wundern, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe. Nur welchen? Vielleicht müssen wir jetzt auch noch nach Kuba, um das herauszufinden. Äh, ich frage mich, ob eine der Flaschen vielleicht dieses Medikament enthält. Wenn ich mich nicht irre, dann ist in einer der Flaschen dieses Zeug, mit dem Peres betäubt wurde. Den Rest kann ich aber immer noch nicht identifizieren. Macht nix. Betäubungsmittel ist schon mal gut. Ähm, so. Handventilator. Ich finde die Dinger ehrlich gesagt albern. Wir werden ihn aber bestimmt gebrauchen. So, ähm... Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Wir können jetzt durch diese Tür noch gehen. Ach du je. Das sieht ja hier sehr schön aus. Ich möchte nicht wirklich herausfinden, wer oder was da drunter liegt und woher all diese Flecken kommen. Nina ist es glücklicherweise nicht. Dafür ist die Person viel zu klein. Na, ist doch besser so. Blutige Tupfer. Wegen solcher Zustände würden sie bei uns ein Krankenhaus komplett dicht machen. Hoffe ich zumindest. Tja, ich glaube nicht, dass das hier ein gewöhnliches Krankenhaus ist. Oh, ich wollte erst angucken. Ah ja, egal. Ammoniak. Keine Ahnung, wozu die das verwenden. Vielleicht als Ersatz für Riechsalz, um jemanden aus der Ohnmacht zu holen. Okay, also wir können jemanden betäuben und wieder aufwecken? Alles klar. Eimer. Der Eimer ist voller Blut. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Mit so einem Ding hört sich der Arzt immer mein Lungenrasseln an. Lungenrasseln. Raucht er etwa oder was? Alles mal eingepackt. Ist hier noch irgendwas? Nee. Röntgenbilder. An dem Schädel kann ich keine besonderen Merkmale feststellen. Aber die Lungenflügel können mir kaum vorstellen, dass die Person noch lebt. Vielleicht tut sie das ja nicht mehr. Ähm, okay. Noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ach, hier vorne. Skalpell und eine Spritze. Ja, die könnten noch nützlich werden. Scheint noch unbenutzt zu sein. Ah, dann nimm mit. Eine Spritze. Scheint noch nicht benutzt. Allerdings liegt die Nadel frei. Egal. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht in die Nadel fasse. Ja, ich frage mich sowieso, wo da alles hinsteckt. So, können wir schon irgendwas kombinieren? Ich glaube nicht. Ähm, aber jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt geht es wieder in den nächsten Raum. Ich habe irgendwie Angst, dass gleich jemand auftaucht. Und uns rausschmeißt oder so. Ich höre Stimmen. Bevor ich nicht weiß, was mich dahinter erwartet, rühre ich diese Tür nicht an. Guck mal, hier ist so ein Fenster drin. Kannst du nicht da durchgucken? Okay, scheinbar nicht. Ähm, dann... Gehe ich wieder zurück? Äh, hier war ja jetzt auch nix. Gucken wir mal ins Tagebuch. Da stand ja noch was Neues drin. Äh, mysteriöse Krankheit. Sibirien Krankenhaus. In einem Arztbericht ist von Patienten mit schweren Bewusstseins- und Verhaltensstörungen die Rede. Anscheinend keine Seltenheit in dieser Region, wodurch diese psychischen Anomalien wohl ausgelöst werden? Ja, bestimmt komische Experimente. Spur nach Kuba, Sibirien Krankenhaus. Max stolpert völlig überraschend über die Krankenakte von Manuel Perez, der von einer Expedition mit Wladimir Kalenko offenbar mit schweren Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen zurückkehrte und in dieses Krankenhaus eingeliefert wurde. Erst vor wenigen Wochen wurde er auf Antrag einer gewissen Dr. Nicole Schale-Schalrohr nach Kuba überstellt. Warum interessiert man sich nach über 30 Jahren plötzlich wieder für ihn? Gibt es einen Zusammenhang mit dem nahezu zeitgleichen Verschwinden von Ninas Vater? Ja, wer weiß. Ich frage mich, ob diese Experimente, irgendwie diese Strahlungsexperimente, die Verhaltensstörungen ausgelöst haben. Naja, wer weiß. Okay. Ah, ich hätte ja vielleicht mit dem Stethoskop an der Tür hören können, hm? Mal lauschen. Kann ich ja auch nichts für. Aber du verpasst was. Das Spiel ist echt gut. Nur blöd, dass die Satellitenschüssel so empfindlich ist. Muss ständig nachjustieren. Hoffentlich wird es nicht wieder so windig wie gestern. Da konnte ich ein gar nichts mehr erkennen. Nee, das kannst du vergessen. Sei doch froh, dass die Tussi wenigstens tief und fest schläft und nicht ständig Randale macht. Jo. Und noch drei Tage in dem feuchten Zimmer da oben, dann haben unsere Docks wieder was zu tun. Nee, bleib lieber oben. Ist zwar kaum einer da, aber falls jemand auftauchen sollte, gibt's wieder einen Aufstand von wegen Posten verlassen und so. Keine Sorge, der Chefarzt wird schon nicht merken, dass ich während der Dienstzeit mehr mit Fernsehen als mit Kontrollgängen beschäftigt bin. Ich hab die ganze Zeit ein Auge auf die Eingangstür und wenn er nicht gerade durch den Keller gekrochen kommt, werde ich ihn auf jeden Fall rechtzeitig bemerken. Jo, mach ich. Bis später. Und geh nicht wieder auf Rattenjagd. Der Dock ist immer noch sauer wegen der Einschusslöcher. Feuchtes Zimmer irgendwo in einem der oberen Stockwerke. Zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wo Nina gefangen gehalten wird. Nur blöd, dass da anscheinend mindestens zwei Wachen sind. Ich müsste es irgendwie schaffen, mit Nina Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hat sie ja eine Idee, wie wir die beiden ausschalten können. Hm, ich dachte jetzt zuerst, die Satellitenschüssel irgendwie verändern, dass der nicht mehr Fußball gucken kann, aber es ist ja eigentlich gut, wenn er abgelenkt ist, ne? Hm, vielleicht kann ich die Regenrinne hochklettern. Also hier dieses Rohr. Aber wie Handventilator. Die Gegenstände, die ich hier habe, weiß ich nicht. Wie mir die weiterhelfen können. Kann ich verstehen, ja. Hm. Okay, aber durch die Tür da hinten kann ich jetzt trotzdem nicht gehen, denn da ist ja der Typ, oder? Die Wache ist zwar mit dem Fußballspiel im Fernsehen beschäftigt, trotzdem sollte ich nicht weiter in den Raum reingehen. Wenn ich erwischt werde, bin ich ein toter Mann. Die spielen aber hier toll. Immer hin und her. Okay. Wir können durch diese Tür, oder sind wir durch die gekommen? Weiß ich jetzt gar nicht. Eine Pflanze. Das hier ist der Eingang. Sieht eher nach Hooligan als nach Krankenpfleger aus. Aber vielleicht war das ja auch die Grundvoraussetzung für den Job. Ah, wer weiß. Die Unterhaltung mit ihm könnte meine letzte sein. In der Tat. So, hier ist eine Pinnenwand, aber die kann ich ja von hier nicht sehen. Da gehe ich besser nicht hin. Wenn mich die Wache bemerkt, kriege ich sonst ganz massive Probleme. Eine Fußballübertragung. Auch wenn ich Fußball nicht mag. Ich würde mir jetzt nichts sehnlicher wünschen, als mit Nina auf meiner Couch zu sitzen und... Naja, es muss ja nicht unbedingt Fußball sein. So, so. Okay, also hier geht's nach oben, aber da komme ich nicht lang. Da gehe ich besser nicht hin. Wenn mich die Wache bemerkt, kriege ich sonst ganz massive Probleme. Ich weiß nicht, ob der vielleicht am Fernseher rumfummelt, wenn die Antenne nicht richtig funktioniert. Eine schwere Sicherheitstür. Scheint nur von einer Seite aufzugehen. Von welcher denn? Von der anderen wahrscheinlich. Okay, dann bin ich hierher gekommen, ja. Was ist, wenn ich dem jetzt Betäubungsmittel gebe? Bevor ich nicht weiß... Okay, besser nicht. Ich habe noch einen Ventilator. Was mache ich denn damit? Ich finde die Dinger... Ja, keine Ahnung. Aber die Tür kriege ich hier nicht auf, ja. Da gehe ich bet... Ja. Da gehe ich bet... Ja, und hier auch. Da gehe ich besser. Also, er geht einfach überall besser nicht hin. Hier unten ist noch was. Tür. Hä? Ah, Kyle. Der Kyle scheint die Tür am Zufall zu hindern. Ach so, wenn ich den wegnehme, fällt sie zu... Da gehe ich besser nicht hin. Ja. Ähm... Aber ich kann auch nicht irgendwie... Hm. Vielleicht muss ich doch die Satellitenschüssel verändern. Ja. Gucken wir mal. Nicht gerade das Neue ist... Ja. Kannst du da ein bisschen dran drehen und dann regt sich der Typ auf? Plopp. Verdammt! Hat sich die blöde Satellitenschüssel schon wieder verstellt? Oh oh. Kommt der jetzt raus? Da muss ich mich aber beeilen. Wie schnell! 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 Durch die Tür. Offenbar hat der Typ die Satellitenschüssel bereits wieder richtig eingestellt. Hm. Okay. So geht es also nicht. Und ich hätte aber auch jetzt nicht durch diese Tür gehen können, oder? Und die ist ja auf der anderen Seite, oder? Ich kann es ja nochmal probieren. Mal komm. Beeil dich. Verdammt! Verdammt! Ja. Die Sequenz kann ich leider nicht überspringen. Aber ich kann jetzt nicht da reinkommen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, dass... Okay. Die Wache versucht gerade verzweifelt, die Satellitenschüssel wieder einzustellen. Kann ich jetzt vielleicht... Bevor ich nicht... Ach. Und einfach... Hm. Wenn ich die Wache angreife, wird sie noch in der Lage sein, aus dem Raum zu laufen und Alarm zu schlagen. Das sollte ich nicht riskieren. Deswegen ja Betäubungsmittel. Bevor ich... Ja. Er weiß es trotzdem noch nicht. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Was wohl passiert, wenn man jemanden Ammoniak injiziert? Naja, medizinische Experimente sollte ich wohl auch später verschieben. Okay. Dann das auch nicht. Hm. Naja, jetzt fummelt er da rum, aber ich kann ja hier nichts machen, oder? Irgendwas mit dem Wagen. Okay. Vielleicht muss ich... Oh. Diese Schreie. Irgendwas an der Satellitenschüssel einbauen? Achso, der ist immer noch dran. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt... Ihr Handy ist aus. Habe ich vorhin schon versucht. Achso, ich kann hier nicht anrufen. Naja, okay. Offenbar hat der Typ die Satellitenschüssel bereits wieder richtig eingestellt. Ja, ich muss das wohl nochmal anders versuchen. Also wieder zurück. Und dann vielleicht irgendwas dazwischen klemmen oder so? Ich muss auch Vielen Dank.